Wir haben uns vor die unmögliche Aufgabe gestellt. Welche fünf Spiele würden wir auswählen, wenn es die allerletzten fünf Spiele wären, die wir für immer spielen dürften? Und das war gar nicht so einfach. Ab geht's. Ja, vielen Dank für diese harte Kopfnuss. Ich habe wirklich mehrere Nächte verbracht, mir zu überlegen, was kommt denn da alles bei mir rein in diese Liste? Und es ist im Endeffekt jetzt nicht unbedingt einfach nur meine Top-5-Lieblingsspiele, wobei das ein oder andere Lieblingsspiel hat sich da vielleicht reingeschlichen aus Gründen. Aber ich bin wirklich so rangegangen, als ich mir überlegt habe, okay, welche Spiele bieten mir denn so viel, dass mir das auch nach zehn Jahren nicht langweilig werden würde, wenn ich auch nichts anderes mehr zur Verfügung hätte? Also Klassiker, ich bin auf einer einsamen Insel gestrandet und finde nur fünf Brettspiele. Wo wäre ich dann total frustriert und würde sagen, ich suche mir jetzt ein anderes Hobby? Oder welche Spiele würden mich bis zur nötigen Rettung von irgendeinem Schiff dann auch wirklich bei der Schlange halten? Und ich hätte wirklich Bock, das auch noch ein hundertstes und zweihundertstes Mal zu spielen. Ich weiß nicht, wie du an die Sache rangegangen bist. Exakt so. Das war gar nicht so einfach. Und ja, da sind Spiele drauf aus verschiedenen Gründen. Aber ja, vor allem, weil man sie sehr häufig spielen kann. Wieso auch immer. Da wollen wir drüber reden. Und wir haben auch unsere Supporter gefragt. Auf Stadium Patreon kann man uns ja unterstützen. Und das habe ich da genauso gemacht, diese Frage gestellt. Und da ist eine Top-Liste bei rumgekommen. Die werden wir zwischendurch einstreuen. Ich fange einfach mal an. Also, ein Argument ist natürlich, wie du eben schon meintest, ja, das kann man hundertmal spielen, das wird einem nicht langweilig. Warum wird einem nicht langweilig? Weil super viel drinsteckt, also an Content, dass man denkt, boah, da gibt es immer noch was zu entdecken. Und aufgrund der Spiele am Tisch ist da immer so ein Erlebnis, was entsteht, was durch die Spieler gezaubert wird. Und natürlich ist da auch ein Spiel dabei, was mich schon sehr lange begleitet. Ich als Master of Orion-Fan natürlich auch prädestiniert dafür bin, so für vier X-Spiele. Und es ist eins, da sind super viele Fraktionen drin. Und da sind in letzter Zeit vielleicht zwei Spiele, die in die Auswahl kommen. Und das eine ist natürlich dabei, weil es prädestiniert ist. Also, ich habe da auch schon ein Regelvideo zu gemacht. Und es kam einiges Mal auf den Tisch. Ich würde es gerne viel häufiger spielen, als ich könnte. Deswegen, das wäre endlich die Chance, es viel mehr zu entdecken, als ich gerne Zeit für habe. Und wo ich letztens noch mal gemerkt habe, dass da noch viel mehr drin steckt ist, ich habe noch mal einen Podcast gehört und dann wurde darüber geredet, warum auch dieses Spiel so großartig ist, dass es da auch eine unglaublich große Community gibt und sogar Content-Creator, die es ausschließlich nur mit diesem Spiel beschäftigen, einen Podcast dazu veröffentlichen, regelmäßig, wo sie über Stunden nur über dieses Spiel reden, dass es da sogar, die so viele Supporter haben, dass sie theoretisch davon leben könnten. Also, das ist auch noch mal eine Welt in der Welt. Dieses Spiel alleine wäre wahrscheinlich schon erfüllend, wenn man sagt, okay, ich könnte jedes, ich könnte, was weiß ich, jede Woche hätte ich eine Spiele-Session, was wäre das Spiel, was ich immer mitnehmen würde, wenn ich nur eins haben dürfte? Ich habe es jetzt schon bei 4X und Regelvideo, habe ich es schon erraten. Das ist Twilight Imperium. Und ich freue mich, ehrlich gesagt, dass ich endlich mitreden kann, weil ich dieses Spiel jetzt auch gespielt habe. Und du bist der totale Fuchs, weil das eigentlich das perfekte Spiel ist für diese Liste, weil man spielt es ja deswegen nicht so häufig, weil man die Zeit dafür nicht findet. Aber wenn du nichts anderes mehr spielen darfst, dann hast du die Zeit ja plötzlich und dann ist das wirklich prädestiniert dafür. Ja. Also nicht nur, dass da unglaublich viel an Spielvarianz drinsteckt mit den ganzen Völkern, auch die Erweiterung hat da noch mehr reingepackt, sondern auch, dass halt jedes Erlebnis einzigartig ist. Also ich kann mir ja jedes Mal irgendjemanden von anderen da suchen, aber auch die Spielrunde, was da entsteht auf dem Tisch, ist ja hochgradig davon beeinflusst, wie die Dynamik von den Leuten ist, was sie da spielen. Ja. Deswegen, ich hätte da kein Problem mit, wenn ich mich für eins entscheiden müsste, wäre es wahrscheinlich das gewesen, ja. Ja. Also da hast du mich jetzt natürlich mit deinem ersten Pick schon irgendwie hart getroffen, weil es natürlich der perfekte Pick ist. Aber ich schüttel das Ganze jetzt ab und bringe jetzt meinen ersten Pick. Und ich fange jetzt mal mit dem an, was die meisten Leute vielleicht auch bei mir schon erwarten würden. Ich hoffe, ich gebe nicht schon zu viele Hinweise. Aber es ist ein kooperatives Spiel, das unterschiedlichste Szenarien beinhaltet, wo es darum geht, dass wir unter sehr knackigen Verhältnissen versuchen müssen zu überleben und ein bestimmtes Szenarioziel erfüllen müssen. Hat natürlich irgendwie auch gleich wieder was mit dieser Assoziation zu tun. Was passiert denn, wenn ich wirklich auf einer einsamen Insel abstürzen würde und das wäre eines der wenigen Spiele, die ich spielen könnte, dann wäre dieses Spiel auch ein verdammt gutes Training für das, was wir dann hier auch alles im echten Leben dann auch absolvieren müssten. Ja, das kann ja nur Robinson Crusoe sein. Ich bin, ich finde es spannend, dass natürlich ein kooperatives Spiel da ist. Kann ich verstehen. Ich denke, es ist darauf gelandet, weil es halt jetzt mit diesem neuen Content, den da kommt, unglaublich viele Szenarien gibt, die man spielen kann. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob das dann wirklich so viel Varianz und Wiederspielreiz reinbringt, dass ich wirklich nur noch das spielen würde. Ja, aber wenn es ein kooperatives sein müsste, dann hätte ich wahrscheinlich das auch gewählt. Ja, also ich meine, ich kann dir jetzt schon mal spoilern, es wird nicht das einzige kooperative Spiel sein in meiner Liste. Und es ist tatsächlich so, dass selbst ohne diese Ultimate Box und dem Book of Adventures, wo jetzt nochmal insgesamt 50 Szenarien drin sind, mit unterschiedlichen Themen und mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden gab es ja vorher auch schon extrem viele Szenarien. Also die Bedingung ist natürlich, dass ich all diese Szenarien auch mit dazu habe bei dem Spiel. Aber das ist wirklich so, dass dieses Grund, das ist wie so eine Spielekonsole, wo du einfach ein Spiel reinplackst. Und die Grundmechanismen, die sind zwar immer die gleichen, aber die Herausforderungen sind ganz andere. Also allein schon thematisch. Du bist auf einer Dinosaurierinsel, du versuchst irgendwie einen alten Forscher wiederzufinden, der verschollen ist. Du willst irgendwie dich da ansiedeln und willst quasi deine Familie aufbauen auf der Insel. Das sind immer ganz unterschiedliche Sachen und da sind auch unterschiedliche Aspekte in dem Spiel dann auch relevant. Also ich habe das Spiel schon so oft gespielt und jetzt, bevor ich das Book of Adventures in die Hände bekommen habe, ich bin mir da ganz sicher, dass ich da ganz, ganz viele Tage von zehren könnte. Okay. Also Twilight Imperium war für mich ein super obvious Pick. Schauen wir aber erst mal auf die Supporter. Ich hätte mich schon direkt weitergemacht. Und zwar haben die auf Platz 5 ein Spiel gewählt, wo ich auch nicht Nein sagen würde, weil es zu meinem absoluten Lieblingsspielen gehört und ich sehr gut verstehen kann, warum man das rauf und runter spielen möchte. Es ist eine Filmadaption und es ist, glaube ich, schon ziemlich offensichtlich, was das sein muss. Also wenn Dune Imperium dabei ist, dann möchte ich aber auch hoffen, dass Anak mit dabei ist. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Interessanter Pick, ehrlich gesagt. Er hat gesagt, ja, gutes Spiel, ja, Wiederspielreiz vorhanden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich persönlich das Spiel jetzt wirklich 30, 40 Mal in Folge spielen könnte. Also ich werde da gleich auch noch drüber philosophieren, weil bei mir gibt es drei Spiele, die konnte ich schnell ausmachen. Und bei den anderen tummeln sich gerade ein paar Kandidaten für Platz 4 und 5. Da werden wir mal schauen, was da landen wird. Ich habe mich noch nicht entschieden. Das wird gleich hochdynamisch ablaufen. Aber finde ich schon mal eine gute Wahl. Also auch der Rest der Liste von denen sind alles hochkarätige Spiele. Da gehen wir jetzt erst mal noch nicht drauf ein. Aber was war für mich ganz klar, also es gab zwei Spiele, die sind mir direkt eingefallen, die waren safe auf der Liste. Und da könnte man jetzt sagen, ja, aber Christoph, du hast doch schon Twilight Imperium. Das andere ist doch irgendwie voll ähnlich. Ist auch so 4X und voll der Brecher. Aber es ist nochmal deutlich ein anderes Spielgefühl, weil es nämlich total Euro-lastig ist und viel grübeliger, wenn es um Punkte geht. Und es ist, finde ich, von der Aufmachung so cool und es hat auch so unglaublich viele Szenarien drin. Man könnte es sogar dann kooperativ spielen, man könnte es kooperativ spielen, man könnte es auch Solo spielen. Und ja, wenn man halt nur noch das spielen kann, ist es auch kein Problem, wenn die Ab- und Aufbauzeit so lange dauert, weil man kann es ja einfach lange Zeit liegen lassen. Freitag kannst du bitte schon mal Voidvoll aufbauen. Ich bin in drei Stunden wieder da vom Bären sammeln. Großartig. Ist Voidvoll, oder? Ja, ja, klar. Gut, du kannst ja auch jetzt mitreden. Freut mich auch, dass es dir so gut gefallen hat. Es hat seine Schwächen, aber wenn man drin ist und ja, dieses Puzzle auch über die Fokuskarten, was man da löst, es ist jedes Mal ein Genuss, wenn man da sitzt und grübelt. Vor allem, wenn auch dieses Thematische irgendwie so gut dazu passt. Ich finde es immer noch großartig. Ja, definitiv. Das passt sehr gut in die Liste. Da habe ich mir auch, ich habe ja schon immer drüber gesprochen über das Spiel, als ich es jetzt auch gespielt habe und das Einzige, was mich so ein bisschen abgeschreckt hat, ist, wie viel Content in der Schachtel drin ist. Und ich dachte mir, wer soll denn das alles bitte ausprobieren? Aber das wäre natürlich irgendwie perfekt, wenn man sagt, Bank hat eh nichts anderes mehr, was man spielen kann. Ich glaube, da kannst du wirklich sehr, sehr lange Spaß haben mit und immer wieder neue Sachen ausprobieren. Das verstehe ich total. Ja, Ich würde es als nächstes gleich nochmal ein kooperatives Spiel nennen. Ich glaube, lass mal kurz gucken. Ja, das ist das letzte kooperative Spiel auf meiner Liste, aber dann haben wir die schon mal abgehakt. Ich denke mir halt natürlich, wenn ich für immer irgendwas spielen muss, dann möchte ich natürlich irgendwie auch gemeinsam mit anderen Leuten irgendwie ein kooperatives Erlebnis haben. Und das ist ein Spiel mit einer Lizenz, die viele verschiedene andere Brettspiele und Kartenspiele schon rausgebracht hat, was mir sehr, sehr gut gefällt. Aber bei dem es mittlerweile schon so viel Content gibt, weil es ein Living-Card-Game ist, bei dem immer neue Zyklen rauskommen und ich mittlerweile nicht mehr hinterherkomme und es hier mehrere Zyklen gibt, die ungespielt im Schrank stehen, weil es halt schon immer so eine kleine Kampagne ist über acht verschiedene Szenarien, bei denen man seinen eigenen Ermittler mit seinem eigenes Deck quasi immer weiter aufwertet und dann versucht, immer neue Szenarien und diese Geschichte weiterzuerleben. Und ich wünschte, ich hätte viel mehr Zeit, damit ich einfach mal wieder eintauchen kann und ganz oft was spielen kann. Okay, das kann ich verstehen. Arkham Horror, das Kartenspiel. Ja, absolut nachvollziehbar. Ich habe es mal nur angespielt und ich kann es aber nachvollziehen und ich glaube, wenn du sagen würdest, würdest du das mitnehmen auf die Insel, würde ich sagen, ja, hätte ich nichts dagegen, wäre ich dabei. Achso, jetzt sind wir in dem Szenario schon zu zweit auf der Insel abgestürzt, oder? Hey, das wäre auch ein gutes Video. Mit welchen vier Personen würden wir denn gerne auf Ewigkeit spielen, wenn wir mit keinem anderen Menschen mehr spielen könnten? Das wäre super. Ansonsten müssen wir dann irgendwie die Insel erkunden und müssen neue Leute treffen, die wir dann irgendwie einladen können. Ja, also das Tolle ist eben auch, also ich habe mehrere Zyklen gespielt, manche auch mehrfach und die Szenarien sind halt mechanisch auch so unterschiedlich, dass du wirklich jedes Mal irgendwie was Neues entdeckst. Es fühlt sich immer frisch an und das weiter zu entdecken, würde mir total viel Spaß machen. Dann schauen wir mal kurz, was die Supporter gesagt haben und ja, du musst keine Angst haben, also wenn du mit denen auf der Insel wärst, wäre eines deiner Lieblingsspiele auch mit dabei und hoffentlich ist auf so einer Insel auch eine Ruine, weil dann ist es echt stimmungsvoll, wenn man das Spiel spielt. Yes! Ist das vor The Unimperium gelandet? Ja, ein Platz. Mit einer Stimme mehr. Aber ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Also ich glaube, ich wüsste nicht, ich mag das Spiel ja auch, aber ich wüsste nicht, ob ich es mitnehmen würde. Also immer wieder dieses, gut, das hat jetzt ein paar Erweiterungen, aber das Spielgefühl ist mir dann doch jedes Mal zu nah beieinander, als dass ich sagen würde, boah, das jedes Mal runterreiern. Ja, also ich liebe dieses Spiel auch und das ist tatsächlich eines von den Spielen, da kannst du mich nachts um drei wecken und wir spielen das, weil die Regeln dann allen klar sind und das spielt sich relativ flockig runter. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich nichts anderes mehr in meinem Leben spielen wollen würde, da würde ich auch, glaube ich, zweifeln, weil es mir nicht zu viel Abwechslung bietet im Vergleich zu den Picks, die ich mir jetzt rausgesucht habe. Mich interessiert ja noch unsere Zuschauer, also wer hier gerade zuschaut, eure Fünf in die Kommentare zu hauen, wäre ich sehr neugierig, vor allem auch kurz in Klammern, warum gerade dieser Pick da für euch dabei ist. Mein Dritter ist nämlich auch eine Wahl, die ist vielleicht ein bisschen außergewöhnlich, weil es nämlich eins der Spiele ist, die ich noch nie so richtig gespielt habe. Ich habe es angespielt, weil wenn man dieses Spiel richtig spielt, da muss man unglaublich viel Zeit investieren, unglaublich viel Zeit, weil es für mich auch wieder ein Hobby in einem Hobby ist. Und es ist ein kooperatives Spiel, ich glaube, ja, das Einzige, fast das Einzige, was ich jetzt schon mal fest hier drauf gesetzt habe. Und es ist in einer sehr düsteren Welt, sehr dystopisch. Wir wissen gar nicht, was so richtig los ist. Es ist ein Überlebenskampf. Wir sind eine kleine Gruppe von Überlebenden, die gar nicht wissen, was los ist. Und hoffentlich überleben wir den ersten Angriff eines Löwen und können dann eine kleine Siedlung gründen. Und dann eröffnet sich eine Welt, wo man gar nicht weiß, was alles noch passiert, aber du schaffst quasi ein neues Volk und hast ganz viele Entscheidungen zu treffen. Und nicht nur, dass schon in dieser einen großen Kiste unglaublich viel drin ist, nein, man könnte ja theoretisch dann argumentieren, ja, die ganzen anderen Kisten zu dieser Spielwelt, die gehören ja auch dazu. Und dann bist du auf jeden Fall bedient, endlos viel zu spielen. Und nicht nur, dass du es einmal durchspielst, nein, du kannst einfach nochmal neu anfangen, weil tendenziell es auch gar nicht schafft, weil vorher dein Geilster kleiner Stamm zusammengebrochen ist, weil du dir zu viel zugetraut hast und es halt nicht gepackt hast, irgendeines von diesen Monstrositäten zu besiegen. Das Spiel mit dem romantischsten Artwork, was ich je gesehen habe, KDM, wie wir Kenner sagen, also Kingdom Death Monster, wieder ein sehr guter Pick, weil, also ich habe es ja einen Tag mal gespielt, so eineinhalb Szenarien, einfach auch mal, auch nicht nur die Mechanik zu sehen, sondern auch was so zwischen diesen einzelnen Spielen passiert. Ich war hochgradig fasziniert davon. Also das ist ein sehr, sehr eigenes Spiel, bei dem natürlich wahnsinnig viel sich da entwickelt über den Lauf der Zeit. Das ist tatsächlich auch so ein Spiel, wo ich sage, das würde ich sehr gerne mal mehr erkunden, aber ich habe einfach nicht die Zeit dafür. Und deswegen perfekt danke ich für die Liste. Absolut. Wäre ich jetzt nochmal in meiner Jugend und das Spiel hätte es gegeben, super, ne? Also wo man die Zeit hatte. würde es das digital geben, also voll digital, so auf iPad oder so, dann würde ich es wahrscheinlich auch spielen nebenbei. Aber so auf dem Tisch, also das ist mir einfach zu viel, weil man muss die ganzen Miniaturen und Monster auch noch selber zusammenkleben. Ja, das ist ein Hobby in einem Hobby, aber wie du schon sagtest, optimal für genau so eine Liste. Ich stelle mir gerade vor, wir beide sind auf dieser einsamen Insel gestrandet und jeden Tag sagst du so, oh, ich wünschte irgendwie, ich hätte hier Internetzugang, dann würde ich das auf BGA, würde ich das gerne irgendwie zocken. Aber das geht natürlich nicht. Wir können nur die Sachen spielen, die wir mitnehmen. Richtig, aber wir haben die technischen Möglichkeiten leider nicht. Ja, womit mache ich jetzt weiter? Ich glaube, ich nehme mal noch ein Spiel, was vielleicht auch mehrere Leute erwarten würden an der Stelle, wobei man jetzt schon sagen muss, da funktioniert das mit der einsamen Insel glaube ich nicht mehr so gut, weil da brauche ich halt einfach mehr Mitspieler. Das ist irgendwie zu zweit, zu dritt, zu viert ist das nicht möglich. Das ist ein Großgruppenspiel, das ich dieses Jahr erst kennengelernt habe. und das meine Liebe in Social-Deduction-Spiele wieder neu entfacht hat. Und ich spiele tatsächlich, also jetzt im Sommer habe ich fast nichts anderes gespielt, außer dieses Spiel und habe nicht genug davon bekommen. Ich glaube, ich habe jetzt in dem letzten, wann habe ich es kennengelernt? An Pfingsten, auf unserem Better Board Games-Wochenende. Das ist jetzt fünf Monate her und ich habe es jetzt schon über 40 Mal gespielt und ich könnte sofort wieder, also wenn ich jemanden anrufen würde, heute Abend, wie schaut es aus mit dem Spiel? Ich wäre sofort dabei. Ich würde fast alles stehen und liegen lassen. Und da gibt es so unfassbar viele verschiedene Szenarien, so viele Rollen, so viele Möglichkeiten, wie dieses Spiel aufgebaut ist und was da genau passieren kann, wie die Interaktion zwischen den Leuten ist. Also das ist wahrscheinlich von all den Spielen das, wo ich jetzt am ehesten sagen würde, wenn ich nur ein Spiel spielen dürfte für den Rest der Ewigkeit, dann würde ich dieses Spiel auswählen. Ich kann mir vorstellen, ich kann es auch nachvollziehen, dass du dann natürlich Blood on the Clock Tower mitnimmst. Ja. Erstmal ist die Runde ein bisschen größer, mehr Menschen da mit auf der Insel, das ist auch ganz okay und ich erfolge das ja mit in eurer WhatsApp-Gruppe, was da abgeht und immer wieder die gleichen Leute und neue Leute und ständig nicht nur eine Spielrunde die Woche, sondern zwei und die nicht genug bekommen können und dann ist es ja nicht nur ein Szenario, sondern x Skripte, die du da spielen kannst mit verschiedenen Konstellationen und welche Charaktere drin sind oder auch nicht, welche Regeln dadurch reinkommen oder auch nicht. Ich kann das absolut nachvollziehen. Das ist halt eins dieser Spiele, wo es jedes Mal anders ist und jedes Mal spannend wird aufgrund der Leute, die dabei sind. Also das ist, da brauchst du nicht Content schreiben, die Spieler erschaffen einfach die Varianz an Inhalten. Das ist total faszinierend und natürlich auch optimal für so genau diese Liste. Ja, da muss man natürlich dann diese Allegorie mit der Insel noch ein bisschen weiterfassen. Das wäre dann das perfekte Spiel, wenn du quasi mit dem Flugzeug abstürzt wie bei Lost und du hast dann aber so 20 Überlebende, die quasi irgendwie immer Bock haben auf einen Spieleabend und irgendwann hast du dann alles so bei Durchhand-Konstellationen, dann musst du die Insel erkunden und musst die anderen irgendwann treffen, die du dann auch mit ins Boot holst, damit du dann mal neue Leute kennenlernst, mit denen du das dann noch spielen kannst. Spoiler an der Stelle, dritte Staffel Lost, falls ihr Lost noch nicht gesehen habt, aber wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann lasst es bleiben, weil die Sendung geht nicht besonders gut aus. Ja, Blood and the Clock Tower, also das ist mein Spiel für die Ewigkeit. Dann die Supporter. Würde dich jetzt auch freuen. Ist auch ein Spiel aus deiner Top 3, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wo es genau gelandet ist. Manchmal schiebt es ja ein bisschen hin und her. Und super niedliches Thema. Und ich muss sagen, ich hätte es nicht auf die Liste gesetzt. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass ich vielleicht zu schlecht kommuniziert habe, worum es wirklich in dieser Liste geht. Es hätte wahrscheinlich auch der gleiche Ausgang sein können, wenn ich drüber geschrieben hätte, was sind deine absoluten Lieblingsspiele. Ist natürlich auch eine gute Wahl, die auf so eine Liste mitzunehmen oder auf eine Insel mitzunehmen. Kann ich nachvollziehen. Aber süße Tierwelt und ein bisschen Tableau-Building, Stadtebau, das kommt natürlich auch insgesamt gut an. Aber ich weiß nicht, ob da so viel drinsteckt, dass ich es mit auf eine Insel nehmen würde. Everdell, ne? Ja. Ja, Everdell hat natürlich den großen Vorteil, dass du, wenn du es in der Collectors-Box mitnimmst, du auch schon mal gleich eine Sitzgelegenheit hast auf der Insel, da musst du nicht auf dem Boden sitzen. Ich liebe Everdell. Ich würde das jederzeit spielen. Aber wenn ich jetzt sagen würde, fünf Spiele und ich darf nichts anderes mehr spielen, da würde ich auch ins Schwanken kommen, weil es vom Wiederspielwert jetzt auch nicht so phänomenal krass unterschiedlich ist. Ja, also wenn du das irgendwie zehn Abende in Folge gezockt hast, ich glaube, dann brauchst du erst mal wieder was anderes. Sehe ich genauso. So, bei mir wird es jetzt schwierig. Ich habe hier ein paar Spiele stehen und ich habe mich noch nicht entschieden. Also, für mich habe ich auch in Erwägung gezogen, ist vielleicht Frosthaven so ein Spiel, was ich gerade nicht spiele, weil ich halt super viel Gloomhaven gespielt habe, aber mich schon reizt, mal diese Box zu entdecken und da halt unglaublich viel drin steckt. Aber ich glaube, ich glaube, irgendwann hätte ich dann doch genug. Also bei Gloomhaven habe ich es ja auch gemerkt. Ich habe die große Box fast durchgespielt, dann habe ich es digital gespielt und dann, ja, irgendwann nutze ich das doch schon ein bisschen ab. Dachte man immer, diese Züge durch diesen Dungeon zu crawlen und so weiter. Jetzt hat man halt diesen coolen Basisbau mit dabei. Also, wenn ich so unendlich viel Zeit hätte, wäre ich geneigt, es auf jeden Fall zu spielen. Hätte ich Bock drauf. Aber wenn es nur fünf sein müssten, boah, dann fällt es vielleicht doch hinten runter. Und jetzt lege ich mich mal noch auf eins fest, wo ich sage, man hat ja vielleicht nicht immer nur Lust auf so große Brecher. Also manchmal soll ja vielleicht was Kleineres dabei sein. Und dann habe ich noch so zwei, drei Dinger in der Auswahl gehabt. Zum einen Fantastische Reiche, wo ich auch das Gefühl habe, also wenn es ein kleines Kartenspiel sein muss, dann ist es eigentlich das. Das Ganze immer locker flockig, immer eine andere knifflige Herausforderung, dein kleines Reich zu bauen aus sieben Karten, die man behält, die sich total krass untereinander bedingen. Und die andere Wahl wäre noch Race for the Galaxy, was ich auch ein wunderbares Kartenspiel finde, was locker flockig. Also wenn es darum ginge, was sind meine meistgespielten Spiele, ist das dabei. Und zwischen den beiden, super schwierig, würde ich wahrscheinlich dann Race for the Galaxy einfach mitnehmen. Weil es mir dann noch einen Tick besser gefällt, weil da einfach noch mehr Grübeln dabei ist, als bei Fantastische Reiche. Weil es wirklich nur fünf Spiele sein müssten, die du immer noch immer spielst. Dann picke ich jetzt noch Race for the Galaxy in die Liste. Du hast es wieder geschafft, ja. Ich sitze hier Nächte um Nächte und grübel mich hier tot. Welche fünf Spiele ich auswähle und welche aus der Liste rausfliegen. Und du haust hier wieder 26 Honorable Mentions irgendwie mit rein. Ich bin gespannt, was du beim fünften Pick dann noch nimmst. Alle drei Sachen könnte ich total nachvollziehen. Bei Race for the Galaxy bin ich auch mit am Start. Also da würde ich mich wieder freuen, wenn wir gemeinsam irgendwie in irgendeinem Bunker eingeschlossen sind oder auf der einsamen Insel landen. Weil das ist tatsächlich ein Spiel, was ich früher rauf und runter gezockt habe und wo wirklich auch sehr, sehr viel Wiederspielwert drin ist. Auch nur mit dem Grundspiel, weil du so viele verschiedene Kombinationen hast, wie du das spielst. Und das ist halt irgendwie auch so flott runtergespielt. Also man muss ja überlegen, auf der Insel ist ja vielleicht auch mal irgendwie schlechtes Wetter und wir kommen dann gar nicht so zum Spielen und dann kannst du irgendwie nicht so ein dreistündiges Epos auf den Tisch knallen. Aber Race for the Galaxy so zwischendurch geht halt immer noch. Da brauchst du auch nicht so viel Spielfläche und so. Die Stille können wir rauskacken. Du bist. Ach so. Ah, dann sag noch irgendwas. Ich weiß nicht, was ich sagen will. Okay, dann mach ich einfach weiter. Gut, dann bin ich wieder dran und ich habe gerade festgestellt auf meiner Liste, ich habe noch ein kooperatives Spiel dabei. Das hab ich irgendwie gar nicht so als kooperativ verbucht, weil es irgendwie ein ganz anderes Gefühl bietet. Also es ist diesmal kein Story-basiertes Spiel, wo wir quasi, wo das Abenteuer im Vordergrund steht und was wir da so erleben, sondern witzigerweise auch wieder Setting auf einer Insel. Aber diesmal ist es eher ein Optimieren. Also jeder hat quasi eine, ich nenne es mal erst mal noch Fraktion, die sich doch anders spielt als die anderen und gemeinsam müssen wir zusammenarbeiten, denn wir sind nämlich Geister dieser Insel und wollen die bösen Kolonisten, die auf die Insel gekommen sind, wieder vertreiben. Und dazu müssen wir unsere Decks und unsere Spezialfähigkeiten möglichst gut aufeinander abstimmen, dass wir die jeweiligen Herausforderungen der Runde, die uns diese Kolonisten Stellen dann irgendwie gut abwehren können. Ja, das ist jetzt einfach, aber überrascht mich, ehrlich gesagt, weil ich weiß, dass dir das Spiel gefällt, aber jetzt nichts eins deiner Top 20 ist oder so. Also ich glaube, da war es jetzt nicht drin. Spirit Island, ja, Naturgeister, die Kolonisten aufhalten wollen und ich kann das verstehen, dass es gerade über den Content so reizvoll ist, klar, kooperative, knifflige Herausforderungen und da gibt es ja mittlerweile so viele auch richtig gute Erweiterungen, dass man da einiges spielen kann, das kann ich nachvollziehen, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es in meine Top 10 oder 15 mit eingepackt hätte, wahrscheinlich eher nicht, aber ich weiß, dass es viele Fans hat und für viele so das Top Number One kooperatives Spiel ist. Also ich habe tatsächlich das gleiche Argument, das du vorher bei anderen Spielen schon hattest. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, dieses Spiel mehr zu spielen. Als es rauskam, habe ich in der Grundbox wirklich extrem viel gespielt, unterschiedliche Geister ausprobiert, die haben ja auch unterschiedlichen Komplexitätsgrad, die fühlen sich wirklich anders an und auch die jeweilige Konstellation, also welche sind denn insgesamt am Tisch, ergeben neue Möglichkeiten und dann sind da noch Szenarien mit dabei und Nationen und so viel Zeug, was du damit einbauen kannst, was dich immer von der neuen Herausforderung stellt und jetzt gibt es halt mittlerweile mehrere Erweiterungen. Ich habe ein paar Sachen davon auch schon gespielt, aber halt bei Gott nicht alles und ich wünschte, ich hätte irgendwie die Zeit und die Möglichkeit, mich da wieder mehr einzufuchsen und eine Partie nach der anderen zu spielen, weil das war das, was mir am meisten hängen geblieben ist, ist, dass das so unfassbar abwechslungsreich ist und dich jedes Mal von der neuen Herausforderung stellt und das wäre für mich die ideale Gelegenheit, wenn ich nichts anderes mehr spielen dürfte, dass ich da endlich mal wieder mehr einsteige und mehr exploriere. Nachvollziehbar. So, die Top 2 und 1, unser Supporter, hat gleich viel Punkte. Fangen wir erst mal mit dem einen an, der hätte auch das andere sein können, weil sie sehr nah beieinander liegen, sind beides kartengetriebene Spiele, Engine Building ist im Vordergrund und jetzt geht es erstmal um das Spiel, was, glaube ich, eine große Inspiration war für das Starz auf dem nächsten Platz folgt. Ich weiß gar nicht, wie ich entschieden habe, was auf 2 oder 1 kommt. Ich habe, glaube ich, einfach gewürfelt. Also ihr könnt es gleichwertig betrachten in der Auswahl. Und ja, ich kann das auch nachvollziehen, sogar beide Plätze. Aber erstmal ist natürlich das, was der Urvater dieses ganzen kartengetriebenen Engine Building, wir versuchen, etwas zu terraformen, da gestartet ist. Da ist er wieder, der gute alte Urvater. Ich habe beide Spiele natürlich sofort erraten, als du meintest, dass die so ähnlich sind und es macht ja auch irgendwie total Sinn, also dass die Community diese beiden Spiele irgendwie so abfeiert. Also dann ist das Erste, was wir jetzt quasi besprechen, ist vermutlich Terraforming Mars. Genau. Sollen wir den anderen direkt dranschieben, weil, ja, ist jetzt auch offensichtlich, brauchen wir gleich nicht mehr drüber quatschen. Das andere ist dann Matthias Wiges Meisterwerk Arche Nova. Genau. Ich kann tatsächlich in dem Fall auch wirklich beide Picks nachvollziehen und auch, ich meine, ich habe es schon öfter erzählt, dass ich Terraforming Mars früher rauf und runter gespielt habe und mittlerweile ein ganz bisschen überdrüssig geworden bin, während Arche Nova irgendwie ist so ein Ding, was ich immer gerne auf den Tisch bringe. Ich würde aber tatsächlich auch in diesem Kontext, wir dürfen nichts anderes mehr spielen, würde ich auch mit beiden Spielen sehr warm werden, weil sie doch sehr, sehr viel Wiederspielwert bieten, allein dadurch, dass du halt immer eine neue Konstellation auf die Hand bekommst, welche Karten du hast und welche Richtungen und du dich dann weiterentwickelst. Also da wäre ich auch mit dabei, wenn das jemand irgendwie, eine unserer Community mit uns auf der Insel wäre, noch besser, die ganze Community wäre mit auf der Insel, aber dann wäre es schon keine einsame Insel mehr. Dann würde ich auch mich total freuen, wenn die beiden Spiele im Gepäck wären, die würde ich jederzeit sofort wieder mitspielen. Absolut, richtig gute Wahl. So, und was ist jetzt meine letzte Wahl? Boah, richtig, richtig schwierig. Also was natürlich ... Jetzt kommen ja drei Honorable Mentions. Ja, ungefähr. Also was natürlich auch total in einer engeren Auswahl ist natürlich Dune Imperium. Ist im Moment so mein Lieblingsspiel. Und worum es auch wieder immer noch auf der Liste ist, ist, vor ein paar Tagen kam die erste, war die Early Access der Digitalvariante raus. Auf Steam gibt es eine digitale Umsetzung, die technisch sehr gut umgesetzt ist. Und ich hab die Newsletter bekommen, also die E-Mail ist jetzt verfügbar, ich direkt gekauft, erste Runde gespielt und hab mich direkt wieder zu Hause gefühlt. Es ist leider noch ohne die Erweiterung, aber ich hab natürlich auch direkt das Geld da reingeworfen, damit die das Gefühl haben, es lohnt sich auch noch Erweiterungen zu machen, weil die würde ich da gerne auch drüber spielen, wenn man es einfach häufiger einfach cool gespielt bekommt. So, das ist natürlich klar. Das ist wie dein Robinson Crusoe auf der Liste oder dein Blood on the Clock Tower. Was ich mich auch gefragt habe, ist Root nicht ein gutes Spiel? Was ja auch davon lebt, dass man es mit den gleichen Leuten immer wieder gut spielen kann und auch sehr von der Dynamik am Tisch lebt. Also das ist zwar vom Content nicht so viel zu entdecken, auch wenn es ja jetzt ein paar Erweiterungen gibt, also damit brilliert es nicht, aber jede Partie ist doch immer wieder ein bisschen anders herausfordernd und dramatisch. Und ich hab noch Too Many Bones, hab ich mich auch gefragt. Ist das nicht so ein Einzelspiel, was glaube ich auch prädestiniert dafür wäre, weil man auch immer mit diesen verschiedenen Charakteren, den verschiedenen Bossen, die man da bekämpfen kann, zig Erweiterungen schon. Also es gibt so unglaublich viele Kombinationen und jedes Mal ist es halt auch wieder eine andere Herausforderung, je nachdem, was da halt passiert. Das war auch eine Auswahl. So, und ich glaube, schlussendlich setze ich dann doch Dune Imperium einfach drauf. Weil wenn von den dreien sagen würde, okay, welches immer weiter, ist es trotzdem Dune Imperium, weil es da doch noch so viel zu entdecken gibt, also noch viel mehr, als ich bis jetzt in Berührung gekommen bin. Ich habe mir mit auf YouTube ein paar so Expertenkanäle schon reingezogen, wo ich merke, alles klar, dieses Skill-Level ist noch so viel höher, was man da entdecken kann. Das wird mit Sicherheit nicht so schnell langweilig. So, und das ist dann eher das Fluffige in der Runde, wo man sich so Jogging-Holson-mäßig richtig wohlfühlt und da immer eine Partie geht. Ich setze das jetzt einfach drauf. Ja, mach das. Hast du wieder drei Sachen reingeschmuggelt. Ich muss dir aber ganz ehrlich bei einer Sache auch zustimmen. Ich habe auch bei meinem letzten Pick überlegt, was kommt da noch mit rein und hatte Too Many Bones auch mit auf der Rechnung, weil das natürlich auch unfassbar viel Wiederspielwert bietet und einfach auch so ein gutes Spielkonzept ist. Da kannst du auch quasi den gleichen Charakter fünfmal in Folge spielen und hast lange immer noch nicht alles gesehen, was du da irgendwie machen kannst und freischalten kannst. Und was natürlich ein großer Vorteil wäre, wenn du die Trove-Chest mitnimmst, hast du halt auch auf der einsamen Insel gleichen Unterschlupf. Da passen ja mehrere Leute eigentlich rein, die da übernachten können. Du musst halt die Spiele kurz mal rausstellen, aber da hast du quasi auch ein Problem weniger. Ich habe mich dann aber auch, pass auf, ich mache jetzt den Christoph, ich habe auch noch ein Spiel, was ich irgendwie überlegt hatte. Und zwar wollte ich nach diesem ganzen kooperativen Spiel unbedingt auch irgendwas Kompetitives reinnehmen, ja, also wo wir quasi wirklich gegeneinander spielen. Und eins, was ich auch in Erwägung gezogen habe, war Brass Birmingham. Einfach deswegen, weil dieses Spiel, finde ich, mechanisch einfach so unfassbar stark ist und ich jedes Mal, wenn ich das Spiel wirklich wieder hellauf begeistert bin, wie diese Interaktionen zwischen den Spielern am Tisch geschaffen wird. Habe mich dann aber letztendlich und das auch aufgrund aktueller Ereignisse dann für was anderes entschieden. Mein fünftes Spiel für die Ewigkeit ist Age of Innovation. Quasi der Terra Mystica 2.0 Nachfolger und ich habe halt, als ich das jetzt vor kurzem das erste Mal gespielt habe, wieder mich total zurückversetzt gefühlt an meine Terra Mystica-Zeit. Das war so am Anfang meines Brettspiel-Hobbys, das ist auch schon zehn, zwölf Jahre her und da haben wir das wirklich irgendwie andauernd gespielt und ich hatte das Gefühl, ich werde dieses Spiels nicht überdrüssig, weil da sind so viele verschiedene Fraktionen drin und so viele Möglichkeiten zu gewinnen und es ist ein sehr deterministisches Spiel, ohne Glückselemente, wo es wirklich darum geht, wie gut du deine Fraktionen spielst und das hat damals schon so viel Wiederspielwert gehabt oder Wiederspielreiz und Age of Innovation hat halt noch mal mehr. Also ich glaube, da würden wir irgendwie wirklich 150, 200 tolle kompetitive Abende haben und hätten nie das Gefühl, ach, nicht schon wieder dieses Spiel, sondern yes, wieder Age of Innovation, diesmal spiele ich die Maulwürfe, mal gucken, was ich jetzt reißen kann. Ich glaube, das ist ein Spiel, was wirklich sehr, sehr lange halten würde, wenn wir auf der einsamen Insel wären. Wenn du nicht gerade im Wi-Fi-Zelt bist und online digital über den Satelliten Dune Imperium spielst. Nein, nein, also digital ist dann raus, das gilt nicht. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich bin jetzt, Terra Mystica spiele ich gerne, aber ist jetzt auch nicht so mein All-Time-Favorite. Bis hin, auf der Insel wäre ich denn jetzt nicht der Erste, der mit ins Flugzeug gestiegen wäre, aber fand ich alles super spannend, was da gekommen ist. Also ja, ich wäre damit glücklich. Ja. Fand ich eine sehr witzige Liste. Ich habe gerade noch einen Loophole gefunden und zwar, du hast ja andere Spiele dabei als ich, ne? Und wenn wir ja in unserem Szenario gemeinsam irgendwie auf der Insel abstürzen, haben wir ja schon zehn Spiele. Das heißt, wenn wir einfach eine coole Flugzeuggruppe zusammenstellen, wo einfach jeder fünf andere Spiele mitgenommen hat, dann haben wir ein Spielecafé auf der Insel aufmachen und wenn wir Piraten vorbeikommen, können wir die irgendwie einladen auf dem Rum und wir können irgendwie eine Partie spielen. Dann wäre wieder ein ganz anderes Szenario geschaffen. Das ist mehr und weniger das Brettspielparadies. Alles klar. Dann, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao, bis dann.